Ich wähle die Grünen und das nicht erst dieses Jahr, sondern eigentlich schon seit ich überhaupt wähle, weil ich möchte, dass alle, die nach uns leben, all die Generationen, die noch kommen werden, eine Welt vorfinden, die so aussieht wie hier und nicht so wie manche Industriebrache in unserer Republik oder in vielen anderen Ländern auf dieser Welt. Ich glaube, die Grünen sind die einzige Partei, die für die Dinge, die sie im Wahlkampf und auch vorher schon behaupten zu sein, auch wirklich dann einstehen. Die Realität hat uns ja längst eingeholt und all diese Dinge schreiben sich andere Parteien jetzt auch in ihre Programme gegen die Atomkraft oder wenn, dann müssen wir bald aussteigen, aber irgendwie glaube ich denen das allen nicht. Weil am Ende bleibt dann doch wieder übrig, dass man diese ganzen Bronzen, die in diesen Energieunternehmen sind und die ganzen Banker, die leichten Herzens so viel Geld verbasseln und dann trotzdem sehr reich weiterleben, letztlich nicht in den Armen fällen, letztlich nicht zu denen sagen, pass auf Leute, so nicht weiter, sondern wenn es dann der politische Alltag wieder erlaubt, macht man gut Geschäfte mit denen weiter, weil man möchte sich auch nichts vergeben und das finde ich es bei den Grünen nicht. Die Grünen haben vor 20 Jahren schon gesagt, wir müssen raus aus der ganzen Atomscheiße, weil wir wissen ja nicht mal wohin mit dem Dreck. In diesem ganzen radioaktiven, verseuchten Müll, den irgendwie nur, ja lagern wir mal zwischen, allein das Wort zwischenlagern bei einer Sache, die zigtausend Jahre strahlt und zwar hochtoxisch strahlt, ist schon ein Unding. So was musst du entlagern und zwar sicher entlagern für die Ewigkeit und wenn du das nicht kannst, dann darfst du es nicht machen und dafür haben die Grünen immer gestanden.